Unser Projekt heißt Touch Enchantments, also kleine Zaubereien für Touch. Das betrifft jetzt nur die Menschen, die Linux benutzen. Vielleicht mal melden, wer benutzt hier Linux oder BSD von mir aus auch. Gut, und wer hat dazu noch ein Touchscreen? Gut, das sind weniger. Ja, wer es schon mal benutzt hat, weiß, es ist ein Krampf, es ist schrecklich, das mitzuerleben, Linux und Touch. Und dagegen haben wir was unternommen. Also jetzt erstmal zur ursprünglichen Situation. Das Problem war eben, dass Linux den Touchscreen eben als Trackpad anmeldet und damit auch als Maus. Und dementsprechend muss man, wenn man etwas mit Doppelklick beispielsweise öffnen will, zwar mal exakt den gleichen Pixel treffen zum Beispiel oder sowas wie einen langen Klick machen, damit man einen Rechtsklick ausführt, das gibt es gar nicht. Gerade habe ich da lange geklickt, um einen Rechtsklick zu erzeugen. Wie man sieht, ist nichts passiert. Genau, und deswegen haben wir etwas geschrieben, genau. Der Jasper startet das Ganze jetzt mal. Genau, und jetzt kann er beispielsweise länger drücken und dadurch wird automatisch, das wird automatisch erkannt und dadurch wird ein Rechtsklick an der Stelle ausgeführt. Auf dem Desktop hat es jetzt die Wirkung, dass man beispielsweise den Hintergrund ändern kann. Oder man kann beispielsweise auch in einem Dateimanager jetzt einfach einen Doppelklick machen. Das seht ihr jetzt hier genau. So, zum Technischen. Wir haben das jetzt eben mit Python umgesetzt, damit es halt auch wirklich auf jedem System geht, was unser Ziel war. Also das ist halt unter den verschiedenen Linux-Distributionen, auch FreeBSD und so, auf allen Systemen läuft, auch mit jedem Touchscreen. Wir haben das dann jetzt eben als System-D-Service jetzt aktuell umgesetzt, aber versucht es natürlich auch für alle anderen Systeme auch noch umzusetzen. Als erstes haben wir natürlich jetzt, also wir nutzen jetzt hier die EV-Dev-Library jetzt für Python, damit wir mit Touchscreens und so mit den ganzen Events arbeiten können. Und haben uns jetzt dann erst darum gekümmert, dass wir die ganzen Touchscreens erkennen können. Und da haben wir jetzt dann erstmal eine Funktion geschrieben, mit der wir halt die ganzen erkennen, damit wir dann eine Liste haben, geben die dann über an den ganzen, also unsere andere Klasse, an diese, mit denen wir die ganzen Touchscreens machen. Das habe ich dann geschrieben, damit wir dann die ganzen Punkte lesen können und dann wirklich jetzt jeden einzelnen Touchpunkt erkennen können. Die habe ich dann in einer Array geschrieben. Und was damit gemacht wurde, erzählt der. Ja, also genau. Wir haben dann eine Funktion geschrieben, die hat sich letztendlich das Array genommen, hat daraus zum einen mal die Länge vom Touch errechnet. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt einen langen Klick ausführen wollten, hat sich es auch errechnet, wie viel man quasi den Curse in der Zeit, wo gedrückt wird, bewegt wird. Man hat eine Konfig-Datei und da kann man einstellen, wie stark quasi erlaubt ist. Und wenn eben diese bestimmten Kriterien erfüllt werden, dass zum einen der Curse nicht zu weit bewegt wird und zum anderen eine gewisse Dauer überschritten wird, wird automatisch beim Loslassen ein Rechtsklick ausgeführt. Oder eben beim Doppelklick, man schaut, wo in etwa zweimal hingeklickt wurde, welcher Zeitraum dazwischen lag, rechnet sich den Durchschnitt aus. Und dann kann man eben automatisch einen Doppelklick an diese Stelle ausführen. Ja, jetzt noch einmal zum Thema Touch-Erkennung. Wie einmal am Anfang schon angeschnitten wurde, meldet sich unter Linux ein Touchscreen leider nicht als Touchscreen an, sondern als Maus. Das bringt einem jetzt richtig viel, wenn man erkennen will, unter, ich weiß nicht wie vielen, 100 Devices in slash dev slash input. Auf jeden Fall, das war eine Herausforderung zu erkennen, dass es jetzt eben kein Trackpad, also keine Maus ist, sondern ein Touchpad, äh, ein Touchscreen. Gemacht haben wir das, indem wir geguckt haben, ob die Positionen, die durch einen Cursor gegeben werden, sich immer relativ auf die vorherige Position oder absolut ausgegeben werden und ob es Stiftsupport gibt und so ein Quatsch. Das war eine Herausforderung, das rauszufinden. Genau, was wir damit machen möchten, ein sehr hochgestecktes Ziel. Da die Software sehr gut funktioniert, möchten wir, dass es ins nächste Debian Stable reinkommt. Also, für den, der es weiß, für die, die es nicht wissen, das ist eine sehr bekannte Linux-Distribution. Ja, inzwischen kann man das Ganze recht einfach bauen durch ein einfaches Make-Install und Debian-Pakete, RPM-Pakete und EOP-PKG-Pakete gibt es bereits zum Download. Das Ganze lebt auf GitLab unter gitlab.com slash jasmich.de slash touchenchantments. Vielen Dank, Jasper, Janik und Martin. Das Ganze lebt. Vielen Dank.